Was ist die Gesellschaftskonstruktion? Auch das ist interessant. Schon deshalb brauchen wir dringend endlich auch auf Bundesebene Volksentscheide. Was ist denn das erste Thema, was Sie als Linke sich für einen bundesweiten Volksentscheid wünschen? Nehmen wir mal an, wir hätten ihn jetzt. Also aus meiner Sicht wäre das Thema Rüstungsexport, Rüstungsproduktion, Waffenhandel eins der großen Themen, das gesellschaftlich auf die Tagesordnung muss.